Musik Vier Kerzen brannten am Adventkranz, so still, dass man hörte, wie die Kerzen zu reden begannen. Die erste seufzte und sagte, ich heiße Frieden, mein Licht leuchtet, aber die Menschen halten keinen Frieden. Ihr Licht wurde immer kleiner und verlosch schließlich ganz. Die zweite Kerze flackerte und sagte, ich heiße Glauben, aber ich bin überflüssig. Die Menschen wollen von Gott nichts wissen. Es hat keinen Sinn mehr, dass ich brenne. Ein Luftzug wehte durch den Raum und die zweite Kerze war aus. Leise und traurig meldete sich nun die dritte Kerze zu Wort. Ich heiße Liebe. Ich habe keine Kraft mehr zu brennen. Die Menschen stellen sich an, mich an die Seite und sie sehen nur noch sich selbst, nicht die anderen, die sie lieb haben sollten. Und mit einem letzten Auflackern war auch dieses Licht ausgelöscht. Da kam ein Kind ins Zimmer. Es schaute die Kerzen an und sagte, aber, aber, ihr solltet doch brennen und nicht aus sein. Und fast fing es zu weinen an. Da meldete sich die vierte Kerze zu Wort. Sie sagte, hab keine Angst, solange ich brenne, können wir auch die anderen Kerzen wieder anzünden. Ich heiße Hoffnung. Mit einem Streichholz nahm das Kind das Licht von dieser Kerze und zündete die anderen Lichter wieder an. Von dem Streichholz Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020